Moin Freunde der scharfen Klinge Ich habe mir vor einiger Zeit ein Messerchen gekauft Habe es in unserer WhatsApp Gruppe Scharfes Zeug Wovon es auch einen YouTube Kanal gibt gepostet und so hieß es dann sofort Klaus hast du zu viel Geld Es gibt diesen Karton hier Nein ich habe nicht zu viel Geld Es ist ein Klon Das sage ich von vornherein Mich hat einfach mal interessiert Wie gut sind diese China Klone Und das habe ich halt gebraucht Bei Ebay gekauft So Das ist das gute Stück hier Und wie man hier unschwer erkennen kann Handelt es sich hier um das Small Sebenza Ich sage von vornherein Es ist ein Klon Der nach dem Schuhnotensystem Eine Note von 4 verdient Seid von vornherein Ich bin damit nicht so zufrieden Aus folgenden Gründen Einmal ist hier nicht vermerkt Laut Verkäufer Soll es D2 Stahl sein Glaube ich aber nicht dran Ich denke mal eher an 8CH13MOV Oder ähnliches Also irgendwas günstiges Dann Nachdem ich es auseinander genommen Gereinigt und geölt habe Kann man es auch aufflippen Und läuft Butterweich Das einste was Wirklich nicht ordentlich läuft Das ist hier Der Frame Lock Das heißt Wenn man es hier so aufschleudert Wie ich gerade Hat man jetzt vielleicht gehört Entschuldigung Dann Hört man Dass es sich verhakt Ich mache es nochmal Es kann sich vielleicht noch einspielen Weil es wirklich in einem Neuwertigen Zustand kam Oder auch nicht Ich kann es nicht sagen Entschuldigung Ich bin ein bisschen erkältet So zu den technischen Daten Gewicht kann ich euch nicht zu sagen Weil ich habe keine Waage So wir haben hier Eine Gesamtlänge Im geschlossenen Zustand Von Guten 10,5 cm Und Im geöffneten Zustand Haben wir eine Gesamtlänge Von Ein Moment Das haben wir gleich Gut 17 cm Wir haben hier eine Klingenlänge von Knapp 7,5 cm Wovon 7 cm Effektiv Scharf sind Und eine Klingenstärke Von 3 mm Was auch so ein Negativpunkt ist Der mir auch nicht gefällt Ist der Clip hier Leute Der ist so stramm Da brächt ihr euch Fast eher den Finger Als dass ihr den Als Clip benutzen könnt Ich denke mal eher Das ist hier noch eine Art Überdehnungsschutz Für den Frame Lock Aber der hat Jetzt im Endeffekt Keine Funktion Als Taschenclip Oder ähnliches Wie gesagt Ich kann mich nur so vorstellen Das ist halt Als Überdehnungsschutz Fehler gedacht Das ist so Andere Möglichkeit Gibt es da nicht Ich denke mal Der Aufbau Ist auch angelehnt An der Small Deventser Einfach Aber effektiv Und wie gesagt Die herkunft Des designs Kann aber Nicht geleugnet werden Ich habe das Messer Wie gesagt Für 35 Euro Gekauft Aber Leute Wenn einer Chris Reeve Haben will Beißt in den Saueren Apfel Und kauft euch Das original Oder Als Alternative Auch wenn Viele Diese China Messer Nicht mehr mögen Ist halt hier Das Sanremu 910 Plus Lent Oder wie es heißt Ist Wäre Zweite Hat das Large Sebenza Als Vorbild Kostet Ungefähr Das gleiche Habt ihr aber Was wesentlich Besseres Und Ich sag mal Dann lieber So eins Hier Anstatt hier Wirklich so Ein Plagiat Gefällt mir Absolut Nicht Schreibt mir Mal eure Meinungen Und Eindrücke Von Klonen Die ihr In der Hand Hattet Mich würden Zuerst mal Interessieren Was für Klone Ihr in der Hand Hattet Und Ob ihr da Auch schon Richtig Schlechte Klone Bei hattet Zum Beispiel Hatte ich Ja Das Kampfmesser 1000 Von der Bundeswehr Das war Glaub ich Ein MFH Klon Wenn ich Mir Ganz Täusche Müsst Jetzt Nachgucken Das hat Ja Der Heiko Vom Kanal Schaff Zeug Schon Mal Reviewed Optisch Für Die Vitrine Ganz Schön Aber Als Gebrauchsmesser Absolut Nicht Zu Gebrauchen Ähnlich Sehe Ich Ist Meine Ehrliche Persönliche Meinung Eher Weniger Wie gesagt Denkt an die Kommentare Schlebt mir mal Eure Eindrücke Von Klonen Und Ich bin Gespannt Auf eure Antworten So Haltet die Klinge Scharf Und Einen Schönen Tag Noch Klonen